Ich habe mir heute so ein bisschen überlegt, ja ihr dürft man heute meinen ganzen Minecraft-Tag mal miterleben, wie ich hier so auf dem Server ein bisschen rumhantiere, weil es ist irgendwie zurzeit total in, wenn jeder irgendwie seinen Tag bestimmen lässt und ich denke mal, heute mache ich es auch, denn ich habe ja auch Instacraft und warum nicht? So, ich würde mal sagen, machen wir uns gleich mal auf, heute muss noch ein bisschen gebaut werden. Na los. So, ihr dürft natürlich heute entscheiden alles. Also ich würde sagen, wir müssen ja heute zur Baustelle. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich da hin? Hm, soll ich lieber laufen oder hinfliegen? Ach komm, wir stimmen mal alle ab. Also ich würde mal sagen, es ist heute noch früh, ich bin mal mehr für laufen. Alle noch für laufen? Ja gut, ihr habt ja recht, ist ja früh am Morgen. Gut, auf zur Baustelle, wir sprechen uns, wenn ich da bin. Puh, mansch ey, ich hätte nicht gedacht, dass das so ein weiter Weg ist, aber das tut ganz gut. Okay, dann würde ich sagen, heute steht auf dem Plan eine Straße ein bisschen länger ziehen, denn wir müssen hier noch ein paar neue Häuser hinbauen, waren ja wieder so ein paar Vorschläge, aber das kommt noch alles. So, das ist natürlich die Frage, wie baue ich denn jetzt die Straße? Darf ich meine super schnellen Bautränke nehmen oder muss ich alles per Hand abbauen? Dann stimmen wir mal ab. Also ich würde ja schon gerne Tränke benutzen. Wollte echt, dass ich mich noch hier quäle mit der Hand, aber na gut, ihr dürft ja heute bestimmen. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, heute habe ich mich fast überschätzt. Das ist aber ein ganz schönes Spiel, Asphalt, den wir heute gelegt haben. Aber hier können ein paar neue Häuser schön am Straßenrand wieder entstehen. Weil ich glaube, nach der harten Arbeit, da könnten wir auch mal ruhig wieder zu Krusty Burger gehen. Da war ich schon lange nicht mehr und Krusty, da braucht man ein paar Einnahmen. Hm, na gut, ihr dürft ja wieder bestimmen, wie ich da hinkomme. Also ich bin ja heute, ja, laufen oder fliegen. Hm, also ich würde, ich wäre jetzt einfach mal für fliegen. Ja, also ist ja schon weiter Weg, das da hin. Leute, soll ich, oh Mann. Na gut, ihr dürft ja bestimmen. Also, ich gehe mal zu Krusty Burger. Bis gleich. Bis gleich. Ah, endlich bin ich da. So, jetzt ist natürlich die Frage, was nehmen wir uns heute? Hm, also ich glaube, ich nehme einen Burger. Jetzt ist natürlich die Frage, sollte ich dafür bezahlen oder soll ich dafür arbeiten hier in der Küche? Hm, komm, das bestimmt ihr immer heute. Ah, also ich möchte unbedingt bezahlen, ich möchte nicht unbedingt für mein Essen arbeiten. Oh Mann, ey, arbeiten, ernsthaft? Ja, hoffentlich ist es der beste Burger, den ich jemals bei Krusty Burger hatte. Aber ihr wisst ja immer zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen, also... Hm, müssen wir erst mal hier arbeiten. Was, Geschirr spielen? Okay. Hätte da einer einen Popel reingeschmiert? Uah! Ui! Schrupp, 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 schrupp! Ah, wird sauber! Was, noch eine Aufgabe? Oh nein! Die Toiletten! Boah, na gut, bringen wir es hinter uns. Boah! Boah! Alter, wer hat das so... Boah! Seit wann können das, Leute? Okay. Die Arbeit ist geschafft. Ich glaube, ich werde Krusty Burger jetzt mit ganz anderen Augen sehen. Aber ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt erstmal unseren hart verdienten Burger. Oh, lecker! Okay. So, jetzt ist mein Bauch voll. Wir haben heute was getan. Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir den Heimweg antreten. Ihr wisst, ihr wolltet immer noch bestimmen. Jetzt ist natürlich die Frage, darf ich nach Hause laufen? Oder darf ich fliegen? Also, ich bin jetzt mit dem Vollbauch echt, glaube ich, viel zu entkräftet noch, da hinzulaufen. Ich schwimme einfach mal für Fliegen ab. Ich hoffe, ihr seid heute mal nett zu mir. Jawoll! Endlich! Einmal fliegen! Weil ihr seid die Besten. Zum Schluss noch werdet ihr richtig korrekt. Okay. So, ich würde sagen, ich fliege los wie Superman und bis gleich. Wie ihr immer vor mir da seid, ich verstehe das nicht. Aber ansonsten, es war heute echt ein toller Tag mit euch. Wenn ihr wollt, dass ich nochmal Instacraft ein bisschen mehr mache, dann zeigt es mit einem Like. Aber ansonsten, würde ich sagen, hau ich mich wieder aufs Ohr. Morgen wird auch wieder ein Tag. Und dann haut sie rein, ihr wisst ja. Tschüss! Na? Du guckst ja immer noch. Ja, ich möchte noch ein paar kleine Worte hier über das Video an sich verlieren. Ich weiß nicht so genau, wie ich auf dieses Format gerade kam, aber ich habe mal, glaube ich, wieder zu lange YouTube geschaut. Denn irgendwie auf jedem Kanal, wo ich mal hin und her, ja, rumgehopft bin, habe ich gefühlt so gemerkt, dass jeder so einen Tag bestimmt Instagram mein Leben. Und ich dachte mir, Mensch, wenn das alle machen, dann muss ich das natürlich auch einmal machen. Und zwar aber so ein bisschen in Minecraft-Art, ne? Und ich glaube, dieses Format werde ich mal ein bisschen, ja, noch ein bisschen in die Länge strecken. Mal vielleicht noch ein anderes Thema. Ich glaube, früher war ja auch so 24 Stunden irgendwo eingesperrt sein. Oder vielleicht, vielleicht hast du davon auch mal gehört, so, es ist ja auch zur Zeit übelst beliebt, dieses Fortnite. Ist ja so ein Spiel an sich. Ich selber spiele es privat auch und ich denke mir, hey, in Minecraft wäre das Ganze doch auch mal fetzig, wenn man das so ein bisschen umwandeln könnte. Naja, neue Ideen, mal gucken, was davon alles so kommt. Ich setze mich ran. Aber ansonsten, vielleicht hast du ja auch noch Vorschläge, die man hier in Minecraft vielleicht so ein bisschen umwandeln kann. Denn schreibst du doch einfach mal unten in die Kommentare. Aber das war es denn hier auch von mir. Tschüss gesagt, habe ich schon. Und ich verschwinde hier einfach wieder einmal nach unten und dann kommt schon gleich die Endcard.